Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich beruße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Unboxing und zwar ist die Glossybox gekommen beziehungsweise die Benefitbox aus dem Glossybox Adventskalender Bundle. Da habe ich euch ja schon den Glossybox Adventskalender vorgestellt und auch die Barbourbox. Und heute ist die Benefitbox angekommen und ich freue mich so. Ich bin relativ ungeschminkt und hoffe, dass ich das eine oder andere schon direkt mit euch testen kann. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das 3er Bundle hat 120 Euro gekostet, wovon der Adventskalender ca. 76 Euro gekostet hat. Die Barbourbox 16 Euro und die restlichen 28 Euro? 26 Euro? Ich blende euch das hier unten mal ein. waren dann für die Benefitbox und ich bin wirklich gespannt, was wir hier drin haben. Und auch wie hoch der Wert ist. So, hier ist die Benefitbox und ich finde sie echt schön. Ich stehe auf dieses Pink. Motto ist San Francisco. Okay, finde ich schön. Guckt euch das mal an. Hier ist die Skyline von San Francisco, die nice Beine von der Lady, die Brücke und ja, man kann es tragen wie ein Köfferchen. Super. Und hier haben wir drin, Honey, you're invited. Willkommen auf der Pink Side of Life. Benefit lädt dich auf ein Flash Make-up ein. Alle Benefit Bro Bars findest du unter benefitcosmetics.de. Okay, ach, wie cool ist das denn? Also ist das quasi ein Gutschein für so eine Benefit Bro Bar? Das finde ich super. Denn ja, wäre doch mal ganz cool, wenn ich die irgendwie färben könnte, ein bisschen dunkler machen könnte, weil die bei mir immer relativ dünn sind. Dann wäre das ja cool, wenn man die irgendwie langfristig etwas füllen könnte. Also interessant, habe ich Bock drauf, sehr, sehr geil. Und da bin ich einfach mal gespannt, dass dann, oh, vom 2. bis 31.01.2019 gültig, da muss ich mich im Januar sputen, muss ich mal gucken, ob ich irgendwo so eine Benefit Bro Bar auftun kann. Denn ich wohne auf dem Land, da gibt es sowas nicht unbedingt. Aber ich gucke mir das mal an. So, hat sich die Box öffnen, 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 öffnen lassen. Und hier haben wir dieses Mal ein schönes Pinkelschleifchen, ein Häftchen, wo drin steht, was drin ist, wo steht was. Ja, in San Francisco, der Geburtsstadt von Benefit, ach guck mal, das ist ja auch interessant, herrscht ganzjährig Frühling. Mit dieser Box holst du dir ein Stück Sonnenschein mitten in den grauen November. Naja, die Box ist jetzt im Dezember gekommen, Leute. Mit fresher Kosmetik, die deinem Gesicht eine makellose Basis schenkt, ihm Kontur verleiht und dich strahlen lässt. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossybox-Team. Interesting. Ja, hier gucke ich jetzt mal nicht rein. Oh, ich kann es gut zum Zufächern gerade brauchen, denn ich war gerade mit meinem Hund spazieren. Und ja, diese Pullover sind total super warm, aber wenn du dann dich hier vor die ganzen Lächter hinsetzt, wird es auf einmal noch wärmer. Und das ist, ich liebe diesen Pulli. Also das ist so ein richtig schöner Norweger Pulli. Habe ich mal irgendwann ganz, ganz günstig bei Aldi gekauft. Ja, aber finde ich nice, ne? Aber jetzt ist gerade echt warm hier. Öffnen wir das Moppet mal und gucken rein. So, und ich sehe direkt schon ein paar Dinge, die mein Leben erfreuen. Also wir fangen mal an hier mit The Porefessional, ein Pearl Primer von Benefit. Ich sage das immer wieder, wenn ich diese Special Boxen habe, von welcher Marke die kommen, aber es ist einfach eine Benefit Box. Es ist alles von Benefit. Ja, genau. Den finde ich schon mal cool. Den werde ich jetzt mal direkt drauf machen, ne? Oh, der ist total samtig. Also dieses Öl frei merkst du, der ist mega samtig. Als würde ich mir ganz leichtes Puder auf die Haut machen. Wow, wow. Boah, fühlt der sich schön an. Der riecht gut, der riecht schön nach Blumig. Rosig. Oi, 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 oi. Der gefällt mir. Hu. Oi, oi, oi. Das ist jetzt samtig gewesen. Und jetzt habe ich auch ein ganz samtiges Gesicht. Oh. Die Wirkung genau kann ich jetzt nicht genau sagen, weil ich jetzt kein Make-up drüber mache. Sofern da keins drin ist. Aber ich finde, dass meine Haut schön aussieht, dass sie glanzfrei ist. Ja, gefällt mir richtig gut. Das ist ein schöner Primer. Wirklich. Meine Herren. Sanftstrahlender Porenminimierungsgesichtsprimer. Steht hier einfach nur drauf. Oh, ist der sanft. Den mag ich wirklich. Den finde ich toll. Ja, das erste Produkt direkt ein Produkt, was mir mega gefällt. Oh, wie schön. Danke, dass es drin ist. Next one. Ja. Das brauche ich jetzt, weil, wie man sieht, ich habe keine Mascara drauf. Hier ist die 36 Hour Full Blast Volume Mascara Bad Girl. Die scheint so zu heißen. Ich habe von diesen total hochwertigen Mascaras nicht so die meiste Ahnung, aber ich teste sie jetzt direkt mit euch und später irgendwann nochmal in meinem Mascara-Test. Hm. Mega krass, dass so eine geile Mascara da drin ist. Oh, ich stehe auf Mascaras, Leute. Ihr wisst das. Und die ist ja ultra. Ist die nicht schön? Boah, die ist richtig geil. Das ist so hartgummi und die fühlt sich auch richtig schön matt an. Also allein dieses Gefühl, diese Mascara anzufassen, gefällt mir richtig gut. Oh, die ist schön weich. Die ist wie so eine Kaiser-Krone ist das hier oben aufgebaut. Richtig, richtig schön. Bad Girl Bam. Bang. So, dann gucken wir uns mal das Bürstchen von Nahem an. Ein Gummibürstchen. Ich mag Gummibürstchen. Gummibürstchen finde ich toll. Ich halte es mal so. Das ist schön. Es ist gerade, geht aber konisch nach vorne zusammen und riecht ganz angenehm. Los geht die wilde Reise. Ich habe hier unten ein Spiegelchen, nicht wundern. Musik. 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 So sieht das Ergebnis aufgetragen aus. Also ich finde, sie macht das alles wohl ganz gut. Hat die Wimpern, ja, schön schwarz getuscht. Also es ist wirklich tief schwarz, was da jetzt bei rumgekommen ist. Ja, ne? Man muss jetzt am Anfang immer ein bisschen aufpassen, weil gerade zu Anfang in den Mascaras immer richtig viel Produkt drin ist, sodass die Wimpern auch schnell verklumpen. Da muss man dann immer ein bisschen vorsichtiger sein. Aber ich finde, die macht ein ganz schönes Ergebnis. Und der Augenaufschlag gefällt mir richtig gut. Die verlängert die Wimpern auch echt schön. Das ist ja immer etwas, was ich ultra gut finde. Und ja, die gefällt mir. Geiles Produkt. Richtig geiles Produkt. Ich habe eben schon davon mega geschwärmt. Und ich tue es jetzt auch, wo ich sie drauf habe. Schön, dass sowas mit in einer Box ist. Ich freue mich. Vor allem eine Full-Size-Größe. Hallo. Richtig geil. Als nächstes habe ich hier etwas in der Box, was ich so schön finde. Und zwar ist das der California Blush. Hier natürlich im Mini-Format drin. Aber ganz ehrlich, wie lange brauchst du bitte, bis du so ein geiles Teil auf hast? Mit einem Mini-Spiegel. Das ist ultra. Mit einem Mini-Bürstchen. Gut, sowas benutze ich nicht. Ich benutze es dann wirklich mit meinem Bürstchen. Und genau das werde ich jetzt mal eben holen. Also Bürstchen ist gut. Mit meinem Pinsel. So, da habe ich einen aus so einem Pinsel-Set von BH Cosmetics. Der natürlich von meinem aktuellen Blush schon etwas angerotet ist. Ich habe das jetzt so ein bisschen grob abgemacht. Also der gibt jetzt auch keine Farbe mehr ab oder so. Das Ergebnis wird nicht verfälscht. Der riecht gut. So, dann trage ich mir den mal auf. Das ist ja so ein leicht, leicht, ein ziemlich peachiger Ton. Mal gucken. Das Pinselchen passt auch ganz gut rein. Oh, ist ordentlich Produkt drauf. Ich habe jetzt natürlich keine Base drauf. Deswegen lässt er sich jetzt nicht so mega gut verteilen. Aber ich finde, dass der ganz schön aussieht. Also der gefällt mir wohl. Das lässt sich jetzt halt, wie gesagt, nicht so gut verteilen. Sieht dementsprechend ein bisschen balkenmäßig aus. Aber ich teile ihn. Ich mache ihn mir eben auch auf die andere Seite. Also er lässt mich auf jeden Fall etwas frischer aussehen. Und das gefällt mir richtig gut. Also von daher ein schönes Ergebnis, wie ich finde. Und ja, geiles Produkt. Finde ich schön. Gefällt mir richtig gut. Ich fühle mich so ein bisschen wie ein San Francisco Girl. Minimal. Minimal. Es geht. Aber auch von Namen, ne? Hm. Mir gefällt es. Oh, hier ist noch ein Primer drin. Den muss ich jetzt nicht nochmal benutzen. Das ist The Pore... Porefessional Pore Primer. Der ist jetzt noch mit drin. Warte, was war der andere? The Porefessional Pearl Primer. Okay. Ja. Also der war jetzt auch noch mit drin. In der kleinen Probiergröße. 7,5 Milliliter. Ja. Kann ich jetzt nicht ausprobieren. Ich habe jetzt ja schon einen drauf. Hätte ich das gewusst, hätte ich halbe halbe gemacht. Mist. Aber finde ich cool. Ja. Gefällt mir. Cool. Zwei Primer drin. Als nächstes habe ich hier drin. Brow Vow Conditioning Primer. Für Wimpern oder für Augen? Weil hier sind Augen drauf abgebildet und Wimpern. Ich gucke mal. Ne, das ist für Augenbrauen. Das macht, dass die Augenbrauen mehr werden. Finde ich schon wieder richtig cool. Ich habe ja eben schon gesagt, ich habe so Krüppel-Augenbrauen, so relativ dünne. Und dann wäre es nicht verkehrt, wenn ich vielleicht mal ein bisschen was dagegen unternehmen könnte. Brow Sam steht hier. Okay, dann gucken wir mal. Ich habe mir das jetzt mal durchgelesen, was man damit machen soll. Und zwar kannst du das zum einen benutzen täglich, damit du, also wie ich mein Wimpernserum verwende, damit du langanhaltend, längere Wimpern, äh nein, damit du langanhaltend dichtere Augenbrauen bekommst, so. Und du kannst es auch noch als Primer verwenden, bevor du Augenbrauenprodukte verwendest. Das ist dann quasi so eine Art Base. Erstmal drehen, bis da oben Gel rauskommt. Okay, da kommt was. Da kommt was. Ne? Huch. Und nicht zu knapp. Und du hast hier oben so Gumminoppen drauf. Das ist dann halt wie so ein Bürstchen. Und, ähm, ja. Ich mache das mal drauf, ne? Heute das erste Mal. Ich werde das so lange benutzen, bis es leer ist. Dann habe ich vielleicht voll die ultra buschigen Augenbrauen. Der Trend ist schuld. Hm. Und in zehn Jahren sind dann wieder dünne Augenbrauen angesagt. Na, herzlichen Glückwunsch. Es fühlt sich angenehm an. Also lässt sich schön auftragen. Und jetzt die nächste. By the way, ja, ich muss meine Augenbrauen mal wieder zupfen. Denn, ne, man sieht es, wo die Augenbrauen wachsen. Nämlich nicht da, wo sie hingehören. Es ist furchtbar. Aber es ist die Natur. Ich kann da nichts gegen tun. Naja. Jetzt habe ich auf jeden Fall das Augenbrauen-Gel aufgetragen. Es fühlt sich an wie Augenbrauen-Gel. Also jetzt nichts Besonderes. Und ich werde das jetzt genau gleichzeitig immer benutzen wie mein Wimpern-Serum. Und machen wir das einfach abends immer direkt drauf. Und dann gucken wir mal, ob sich da was verändert. Ich bin wirklich gespannt. Das Letzte, was hier noch drin ist, versuche ich jetzt noch ein bisschen auf meinen Augenbrauen zu verteilen, damit ich nichts verschwende. Ich glaube, das ist ein relativ ultra teures Produkt. So. Habe ich euch überhaupt schon die Verpackung gezeigt? So sieht die Verpackung übrigens aus. Ich finde es total schön aufgebaut. Es sieht aus wie so ein Zauberstab. Und ja, gefällt mir. Es finde ich sehr stylisch. Ich mag sowieso die Verpackung von Benefit. Es ist alles sehr, sehr hübsch und dekorativ. Ist ja auch dekorative Kosmetik, was willst du machen, ne? Ja, gefällt mir. Bravo! Conditioning, Primer, boom! So, und last but not least habe ich hier so ein kleines Typchen drin. Und zwar ist das Double the Lip. They are real. Von They are real kenne ich nur die Mascara, muss ich gestehen. Da sind aber zwei Farben abgebildet. Last You Rose und Beyond Sexy. Lipstick and Liner in one. Ja, das brauche ich tatsächlich auch gerade noch in meinem Gesicht. So eine Tropfenform, wo du oben einen etwas dunkleren hast und unten den etwas helleren. Die Farben gefallen mir mega gut. Und der riecht richtig schön süß. Also, ich versuche mir das mal drauf zu machen. Ich habe nicht wirklich Ahnung, wie das jetzt funktionieren soll. Bin ich gespannt. Bin ich wirklich gespannt. Ich komme dafür mal etwas näher. Dann könnt ihr euch das Drama auch mit mir zusammen angucken. Okay. Man muss quasi das obere Moped dann so ein bisschen an den äußeren Teil bringen. Und dann das so ein bisschen anders drehen und dann so ausfüllen. Glaube ich. Aber wir gucken mal. Oben ging das noch jetzt unten mit kritisch, glaube ich. So. Lip Liner ist drauf. Nicht ganz gerade geworden, aber ich bin ja auch nicht so die Heldin, was sowas angeht. Und jetzt gebe ich mir das Lippenprodukt drauf. Ich glaube, theoretisch könnte man auch einfach das Ding so nehmen und dann direkt komplett drüber fahren, dass man sich gar nicht erst den Liner zieht und dann das Innere macht. Ich glaube, das kann man wirklich... Ah, meine Gäste explodiert. Das kann man eigentlich auch in einem Schritt machen. Also dann ist es natürlich ein bisschen einfacher. Aber so finde ich auf jeden Fall, dass die Farbe cool aussieht. Also die gefällt mir. Es fühlt sich auch gut auf den Lippen an. Also jetzt nicht irgendwie klebrig. Es fühlt sich so an, als würde es lange halten. Und ja, die Farbe finde ich auch cool. Die gefällt mir. Also auch von daher, dieses Produkt ziemlich, ziemlich cool gefällt mir. Auch geil, dass es drin ist. Ja, ganz ehrlich, alle Produkte fand ich geil. Hat mir richtig gut gefallen, diese Box. Geil, dass die mit dem Bundel war. Finde ich richtig geil. Ich freue mich voll, dass ich auch mal so ein paar Produkte von Benefit habe. Und ich finde irgendwie, mein Gesicht riecht jetzt gerade so gut, weil ich so gut riechende Produkte drauf habe. Das ist der Wahnsinn. Ich blende euch hier mal den Gesamtwert von den ganzen Produkten ein. Ich denke, da wird mega hoch sein. Ich habe keine Ahnung von Benefit, was sowas normalerweise kostet. Aber ich würde garantiert auf 60 Euro tippen. Ich bin aber so schlecht im Schützen. Wahrscheinlich ist er noch höher. Ja, ich weiß nicht. Was meint ihr? Welches Produkt fandet ihr am coolsten? Schreibt es doch gerne unten mal in die Kommentare. Würde mich mega interessieren. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Wäre ultra cool von euch. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2018. Hier unten meine Playlist zu den Unboxings, meine Abo-Boxen. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!